Hallo Leute, Willkommen wieder zu einem Video von Clank Marker. Diesmal geht es wieder um ein Unboxing, und zwar von der 4. Staffel von der Closer. Hat 14,99€ gekostet und der FSG ab 16. Ja, also. Brenda ist zurück, die Priority Homey Code Division nicht. Ja, also, Spezial zu einem Lüngdetektor wird, der Closer Gedanken eines Inspektors der Mordkonvention, Verbatte Szenen, ja, Polizeiakt, nichtverwendete Szenen, Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Untertitel, Dänisch, Holländisch, Französisch, Norwegisch, Spanisch, Schwedisch, Wienisch, Portugiesisch, und so weiter. Ja, also, Spieldauer 618 Minuten in Farbe, und ja, schauen wir mal hinein. wie der Inhalt ist. So. So, hier haben wir mal Serien-Use, kompakt, sehen wir hier mal hinein. Ja, also, hier haben wir Werbung gemacht, mit der Mentalist, der Closer, der Vampire Diaries, Terminator, The Worst Thing, Two and a Half Men, The Big Bang Fury, Alf, der Prinz von Bel Air, Friends, ja, und so weiter. Ja, die wollten, also, eins, ähm, Werbungspaket, Booklet, ja, und hier haben wir Disc 1, okay, jede Disc ist wieder einzeln verpackt, halt nicht jede, aber, hier haben wir das Design von Disc 1, hier haben wir das Design von Disc 2, und hier haben wir die Disc 3 Hülle, von oben mit Geknutsche, und hinten mit Interessantum, ja, so, das Design von hier, das Design von hier, überall ist das USK 16 Logo oben, ja, also, gut, wer es der Closer Fan ist, kann sich diese Box gerne holen, also, mir persönlich gefällt sie sehr gut, sehr gut gestaltet, ja, und 14,99 ist auch wirklich kein schlechter Preis, ja, was kann man dazu noch sagen, top, gut, ich bedanke mich wieder fürs Zusehen, kommentiert und bewertet, ich wünsche euch was, euer Clank Marco.